Oh, was ist vor allem der Hände? Herzlich Willkommen zurück zu Gangbeasts 2. Runde mit dem Daluk und war Nils Tautau und Widerwolf. Hallo, wir machen wieder einen ganzen Durchgang. Also einmal die Maps hier auf dem Server. Wie gesagt, das sind immer noch nicht alle. Ich bin noch irgendwo, aber ich weiß nicht, wenn ich das nicht falle. Verdammt, ich hab mich noch mit runtergezogen. Ja, ich hab da hinten aneinander. Kurz durchhalten, Daluk. Bleib da einfach liegen, sag dir, es kommt. Es dauert aber noch. Es kommt. Nein! Habe ich gereicht? Nein! Die Tür geht auf. Ja, da hinten kommt man sogar rein. Da hört man noch die Leichen. Aber wir sind einfach zu viele Leute, weißt du, so was schafft man da nicht. Jetzt kommen wir an die Board. Nein! Der hat uns Doppel-K-O. Nein! Hilfe! Danke, Nalo! Oh! Alter, was? Es ist ein Trapp. Ich hab die Hand. Ich hab die Hand voll. Dann bin ich auch durchgefangen. Au, au, au. Aaaaaa! Welche Handrechte loslassen. Tschüss. Warte, kann man sich ducken? Ja! Oh nein! Wie wäre es gewesen? King Kong gewinnt! Oh, Mann! So, ich zeig euch das mal, ich bin alter Box-Profi! Box soll ich jetzt entmachen? Was haben wir jetzt hier? Ein Grinder müsste jetzt kommen! Oh nein! Oh, ich stehe auch noch zu scheiße hier! Nein! Und man rutscht schon! Und tschüss! Moment nicht, was fällt nicht lang! Ich komme ran! Der Fädobär noch! Oh, ihr Sack! Nein! Oh, der Tata steht wieder! Der Bär, der kann viele einstecken! Die will wieder aufstehen! Genau, das ist eine voll gute Idee! Damit habe ich mich vorhin nur selbst ausgenockt! Komm, 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 komm! Jetzt ist es wie! Yes! Dann taucht alles runter! Neil, Fremd gegen an! So! Jetzt kriegst du auf die Smaue! Finde ich warm, Alter, mit einer dicken Jacke? Oh nein! Ah! Ah! Weg hier! Ah! So sieht das aus! Oh man! Hui! Zufall! Was? Jetzt kommt da wieder was schwindelig... Oh, die Eisdinger bestimmt! Oh nein! Nein, ich will hier nicht stehen. Wenigstens den random mitgenommen. Wie hat dein Gesicht da hochgezogen? Drei. Lass das! Wieso gehst du nicht auf den anderen? Der ist im Wasser, da gibt keiner hier nicht hin. Ertrinkt den nicht irgendwann? Er holt dir einmal Luft. Aber irgendwann muss ihm wieder die Kraft rausgehen, oder? Nee, der geht nicht die Kraft raus. Du könntest dich theoretisch unendlich lange festlegen. Alter! Ocean! Ocean! Der Taucher hat gewonnen. Mit seiner... Mit seiner Badehaube. Die geschlossenen Maps gefallen mir mehr. Mhm. Ja, passiert. Auf denen hab ich aber ne Chance hier. Einfach festhalten und warten auf alle Sterne. Oh Gott, Liegestützen machen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du gehst bloß in Ruhe! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hallo nicht! Hau ab du Pädowander! Nein! Oh die Dinger machen hier Stress. Warum werde ich nicht wach? Mach die Seile kaputt. Mach die Seile kaputt von den grünen. Das ist grüner. Kannst du immer noch kaputt machen, mit der anderen Hand schlagen. Schlagen einfach. Immer weiter schlagen. Wenn einer kommt, mach ich so einen Drehkick. Lass mich einfach rufen. Lass mich einfach rufen. Lass mich aufnehmen. Lass mich aufnehmen. Lass mich aufnehmen. Du hast die Seile einfach kaputt gemacht. Steh auf, du faules Stück. Das war am Dappen. Ja, da gingen die Lichter aus. War für immer. Da, run. Es ist auf jump. Ist der Ladebike nicht ein bisschen lang? Ein bisschen. Oh nein. Special Map. Gebraucht länger. Oh, jump and grab and roll to pull. Nein. Der ist echt ein bisschen lang. Boah, ist ja auch. Oh, ich wollte das gar... Geht nicht immer auf mich am Anfang. Ich will aufhalten. Ich werde das Erster sterben. Achtung, Taudoy. Mach die Seile weg. Du musst hier runter. Okay, jeder für sich. Ich muss los, dass das Tier festhalten. Mann, ey, wie der immer K.O. geht. Okay, das ist zu gefährlich. Schlag mit ihm auf Dalu ein. Kein Problem. Kein Problem. Uch, falsch. Nein, da wollte ich mich nicht festhalten. Mach die Seile locker. Ich reiß einfach an dem letzten Ding. Du lenkst die Tür hier in meine Runde. Die Flagge. Hey. Mann, wie der immer K.O. geht. Das kann doch nicht so schön. Ich muss hier erstmal rum. Oh, oh, oh. Warte, linke Arme ist gut. Warte, linke Arme ist gut. Ahhhh. Ahhhh. Da ist er weg. Ich muss doch nach vorne boxen. Da kennt doch einer die Ampel. Alter, jetzt, jetzt. Mach dir einen Schlag. Leg ihn auf die Planke. Boah, das Brett ist aber auch perfekt. Das hält ja das Ding wirklich. Das Ding hängt ja nur am Brett. Ja. War nix. Oh Gott. Ja, danke. Das Brett hält euch noch. Ja, und jetzt machst du die einfach noch. Das Brett hält perfekt an den Dingern. Hm. Ey. Und wieder K.O. Ja, sicher. Komm, mach kaputt. Und dann spring schnell zum Brett. Ja. Easy. Hey. Hacke Feist, komm dran. Hacke Feist. Nix machen, Kondran. Bis die jetzt wieder aufstehen. Nix machen. Wie sich das jetzt ausmusten. Super Animation. Hacke Feist. Hacke Feist. Don't Wake Up. Jetzt müssten hoffentlich wieder geschlossene kommen. Jetzt kommen der Grinder und Dingens wieder Subway. Gott sei Dank. Ich muss mich irgendwo verstecken. Eigentlich krieg ich mir als erstes auf den Maul. Und irgendwie Nils lebt immer bis zum Schluss, aber er liegt immer nur. Ja eben. Boah, nur ein Hit und dann bin ich down. Vita, komm her. Ich bin jetzt erstmal weg hier. Alter. Vita, geh weg. Vita, lass uns. Close line from hell. Da kam einer ins Leben geflogen bei mir. Boah, auch schön. Ey. Ich bin da ein bisschen... Ich bin da ein bisschen... Warte. Nein, 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 nein. Dann kümmere dich erst um den Bären. Der Bär erst. Lass mich. Ich helf dir. Ich will ihnen helfen. Ich will ihnen helfen. Hilfe, lass los jetzt. Danke. Warte. Ja, danke. Oh nein, 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 nein. Nicht mich. Nein. Was? Nein, es geht nicht K.O. Ich verarbeite die Sorgen. Schummeln. Hau erst. Hau da raus. Nein, 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 nein. Ich will den Pferdenkampf. Natürlich wieder K.O. Ich will den Pferdenkampf. Ey, warum hörst du den Pferdenkampf? Oh. Bam. Hey. Steh doch auf. Steh doch. Steh doch auf. Oh Gott. Oh Gott, nein. Du meinst das wirklich hin? Schnell weg. Du suck. Du suck. Hol mir den. Lass mal liegen. Der ist K.O. Moment, Moment. Au. Close line. Das ist jetzt wirklich die Schweine. Sehr profis. Alter, wie lange ist der Nachfänger da jetzt? Ah. Und wieder K.O. Was macht denn das Krokodil da hinten? Ich bin ein Salamander. Ruhe. Das hat sich jemand verbissen. Moment, wir kratzen den da vorne mal von der Seite. Oh. Oh. Ich mich auch wieder am Schlawinchen. Oh, nein, wartet. Du musst doch eh abends wie vorhin rumgeschlagen. Nils, du wirst jetzt die letzte Hoffnung. Ja ich bin eh wieder K.O. Du musst heute auch mal guten Schlag machen. Ach, was ist das? Steh auf. Steh auf. Steh auf. Neins. Ja, du musst Sprung gedrückt halten, dann sprintest du. Schlaggy, Schlaggy! Ja, natürlich! Hier noch ein Schritt! Hier! Mach bitte aber auch nichts! Es tut so weh! Und jetzt gibt's Geheimsuche! Wieso wird der Schwachkopf, der nicht wach? Ich bin jetzt erst durch! Ich häng noch! Ich kann immer noch am Leben! Der kommt wieder hoch! Ich versteh dieses Spiel einfach nicht! Buttonsmashen! Ja genau, das ist wirklich nur Buttonsmashen! Du musst halt einen Knockout-Punish setzen! Ja, aber jedes Mal, wenn ich neben einem stehe, bin ich sofort tot! Ja, dann musst du mir die Hände aus der Tasche nehmen! Machst du, wie ich smashe B! Dann vertagst du den Kopf! Wenn's Boxen nicht klappt! Ja, das ist eine gute Idee! Hier, wo ist der Random? Hier! Der, der die Amor hat! Ich hab ihn! Alter, wenn du nicht aufhörst! Lass das! Nils, warte, warte, warte! Auszeit! Ja! Wie hast denn das gemacht, du Lumpen? Ich will an die Lampen! Ich will an die Lampen! Jetzt hier zwei gegen mich oder was? Nein, lass dich doch! Lass dich doch! Nein, nein, nein! Ja, aber wieder ein Hit und... Ach, was ist das? Das hält mir doch mal! Das war mal der Rache für's Luftschiff! Nein! Lass ihn tot! Nein! Lass ihn los! Lass ihn los! Lass ihn los! Ich schleiche! Lass ihn los! Lass ihn los! Lass ihn los! Lass ihn los! Hey, brauchst du mal Human Centering? Leute, brauchst du mal Human Centering? Lass ihn los! Oh, der... Tornado Move! Und jetzt! Nein! War wohl nix! Oh, stell auf das faule Stück! Bring ich dich auf den Bordstein, ja? Nein! Komm mir da... wieder bewusstlos, ja? Ja, natürlich! Ey, was bist du denn für einer, ey? Dann leg ich dich jetzt hier auf den Bordstein! Die Bordstein schweig, Kumpra! Was macht die denn da? Ich hau! Ich glaube, der Ladenbesitzer hat seinen Schlüssel da oben draufgelegt. Oh! Was bist du hier für einer schon wieder? Zivilcourage gibt's hier nicht! Was passiert mit Zivilcourage? Ab gegen die Wangen! Das sieht keiner! Bitte, der Kamera nicht gesehen! Hier, locken in der Hacke! Oh, ist da wieder wach geworden! Hey! Geh weg! Gib mir mein Geld zurück! Ja! Oh! Weißt du, grab so den Spaß beim... Guck mal mit! Ich hab dich am Mantel, ey! Aua! Aua! Oh! Oh! Mh! Jaja, ist gut, Nils! Aua! Warum bin ich denn jetzt wieder bewusst? Also nicht du! Weil dein Kopf auf den Boden aufgeklatscht ist! Und deine auch! Komm da runter! Ich schlaf nur noch mal. Ich trete den! Ich trete den! Ey! Geh weg! Geh weg! Hier ist noch einer! Geh doch weg! Hier, nimm den! Nein! Nein! Wie lange ich abrinne? Nein, 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 nein! Alter, ich stehe nicht mehr tot! Alter, ich stehe nicht mehr tot! Komm! Komm hoch! Komm hoch! Jetzt! Dann machen wir es halt so! Dann komm doch Krokodok und schmeiß den Hauptdachlose runter! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Der hat meinen Kopf! Damit sind wir auch jetzt einmal durch! Danke, dass du dabei warst! Schaut bei den anderen vorbei! Nichts in der Videoschreibung! Oh, bis zum letzten Mal! Tschüss! Tschüss! Bye-bye!